So, wir waren jetzt extrem krass unterwegs, haben sauviel gekocht. Ich hoffe, ich hoffe echt, dass ausreichen wird. Ich habe einen Maxi-Trüffel gefunden gehabt. Maxi-Trüffel ist halt brutal, ne? Wo ist das Ding hier? Volle Heilung plus ein extra Herz. Maxi-Trüffel haben wir in einem versteckten Ort gefunden gehabt. Das Video dazu ist auch auf meinem Channel. Da gab es auch die Hyrule-Rüstung. War nice. Jetzt machen wir mal hin. Jetzt legen wir los. Ich weiß nicht, ob die richtige Quest markiert ist. Schauen wir mal. Yes. Ich freue mich. Bin ready. Ich habe auch ein bisschen meinen Platz hier erweitert. Damit ich genug Waffen mitnehmen kann. Ich glaube, die Waffenkeule können wir nicht gebrauchen. Ich glaube, alles was wir haben, ist Mist. Ich würde tatsächlich sogar meine Waffen mit einem Opal oder so erweitern, damit wir genug Wasserschaden machen. Aber schauen wir dann noch mal. Oh, was ist das? Was ist das? Ja, geht nichts an. So einfach ist das? Östlicher Stausee. Let's go. Zack. Einfach rein wahrscheinlich, ha? Oder nee, warte. Er wartet ja hier. Fast wäre es zu spät gewesen. Hi. So, also gelingt es uns, in den Himmel empor zu steigen. Oh, du bekommst schon eine Nachricht. Eine SMS aus dem Jenseits. Was war das? Hast du das gerade eben auch? Ach, nicht wichtig. Keine Zeit, jedem Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal gründen, wo er richtig kommt. Ja, die hätten... Ja, das hat typisch Zelda. Ich sag nichts. Ist halt immer so ähnlich aufgebaut. Sag mal, was hast du denn in dir? Oh, du hast Spugel. Der macht einfach Spugel. Nice. Ich hatte absolut recht. Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen. Ich bahne dir den Weg. Rein mit dir, Link. Wie der sich freut. Ich hatte absolut recht. Huck. Witz. Und zack. Ah. Sind die jetzt sind oder sind die gestorben? Check ich nicht. Ja, wir sind drin. Nice. Leute, ich freu mich. Das ist genau dieser Moment. Was mir am meisten Spaß macht. Ist das eine Truhe? Oder ist einfach nur eine Kiste? Was ist denn eine Truhe? Wenn es eine Truhe ist, möchte ich es haben. Da ist noch etwas Wichtiges drin. Oh shit. Genau das habe ich gedacht. Genau das. Äh. Soll ich mit jemandem reden? Weil es da hinten noch markiert ist? Sorry, vielleicht habe ich es vergessen. Vielleicht bin ich zu früh runtergesprungen. Schau mal. Oh, das ist witzig. Können wir gar nicht mehr hoch. Okay, dann Pech. Was ist damit gemeint? Ah, wir machen das kaputt und dann fließt hier Wasser und dann kommen wir hoch. So, wo ist unser Dickerchen? Den Dickerchen, ganz ehrlich, auf den zähle ich gar nicht. Der ist so dick, dass der gar nicht reinpasst. Schon die ganze Zeit. Dann benutze ich die bei meinen Felsbrocken aber. So. So. Oh, ist es gut. Sogar hier. Das kriege ich so nicht kaputt. Dann gehen wir mal hinter. Und schießen. Eine Donnerblume. Da bist du, Affa, Mann. Da bist du, Affa, Mann. Jetzt habe ich eine Donnerblume wegen dir verschwendet. Ne, eine Königsschuppe habe ich für... Alles wegen dem. So, wo sind die Donnerblumen? Hier. Dieser Typ. Verschwendung pur. Okay. Ich frage mich. Okay, ne, ich mach weiter. Weil es leuchtet die ganze Zeit und ich war mir nicht sicher. Mach einfach mal weiter. Nicht, dass es am Ende heißt, ich habe mit ihm nicht gesprochen. Deswegen geht die Story nicht weiter. Aber da ist niemand, oder? Ne, da ist niemand. Okay, gut. Oh, shit. Entdeckt. Antikes Zora Heiligtum. Sind wir jetzt, äh, schon in dem Tempel? Eigentlich nicht, ne? Kann gar nicht sein. Ich denke ja, dass wir von hier aus hochgehen. Okay, mit dir kann ich nichts anfangen gerade. Guck, dass wir Donnerblumen haben. Okay, ich glaube, ich muss noch etwas kaputt machen. Das Wasser reicht nicht. Oder? Irgendwann muss es noch eine Stelle geben. Zu meinen Vermutungen. Oh, hier komme ich schon mal rein. Hier komme ich nicht rein. Weil ich nicht hochgehen kann. Ich könnte mir was aber bauen. Dann bauen wir uns etwas. Verbinden. Noch eins nehmen und verbinden. Verbinden und noch eins nehmen und verbinden. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber anders würde ich da nicht reinkommen. Oh, Allah. Allah, 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 Allah. Hey, ich will nicht. So typisch. Typisch ich. Einfach irgendwo reinfallen. Ah, es muss nicht schön aussehen, komm. Komm, wir schießen das erst mal. Ich glaube, wir müssen da gar nicht rein. Du musst es einfach nur anschießen. Voll dumm. Egal, es ist ein König, trotzdem die Wände wahrscheinlich. Ich nehme das mal mit. Also, zack. Soll im Wasser bleiben. Tun wir mich auch mit. Ey. Ey. Come on. Nice. Rüstig direkt aus. Gefällt mir. Die Musik ist chillig. Richtig chillig. Könnt direkt einschlafen. So, da oben gibt es noch Wasser. Warte, was sagt ihr? Das ist ein Weg. Wohin führt denn das? Die Neugier. Die Neugier macht mich fertig. Okay. Dann nehmen wir die mal. Schauen wir mal, was es hier so geht. Oder führt es uns einfach nur raus? Ah, nee. Nice. Mayo, Mayo. Können wir schön nachschauen. Okay, schon tot. Anscheinend sind meine Pfeile richtig gut. Nice. Hat sich gelohnt. So, wir pürieren. Soll wir gerne wissen, was für eine Kraft der hat? Ist das Eis? Scheint. Gut. Irgendwo müssen wir nochmal reinschießen. Hier vielleicht. Okay. Das kriegen wir nicht hin. Da fließt Wasser. So, hochklettern können wir vergessen, glaube ich, komplett. Bis wir die Handschuhe bekommen. Ne, können wir komplett vergessen. Kriege ich die Bretter echt nicht raus? Doch. Anscheinend war da eine zu weit gewesen. Okay. Ich glaube, drei Stück werden reichen. So. Legen wir dich mal hin. So. Zack. Es gab drei Stück Reichen. Und wenn nicht? Unten sind noch welche. Okay. Drei Stück Reichen nicht. Brauchen noch. Obwohl, wenn ich so springe, müsste es funktionieren. Ach, einer wäre noch besser. Noch einer. Ist doch da. Gibt es irgendwie auch... Ne, da gibt es nichts. Oder? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Also nicht mal ein bisschen klettern geht. Crazy. Also nicht mal ein bisschen bissen. So, wir brauchen noch so ein Brett. Ich brauche dich. Ich kriege dich aber nicht. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir hier runter. Nehmen dich. Ich bringe dich hoch. So, zack. Und dann schwimmen wir wieder. Also Leute, gibt es eine andere Lösung dafür? Geh doch hoch endlich. Ich kann mir nichts darunter vorstellen. So, hoffentlich hält das. Ich sehe das nicht, weil das ist zu hoch. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das so hier unten durch. So, zack. Äh, ein bisschen krumm geworden. Egal. Vielleicht hält es dann besser. Nein. Das wird nichts. Ja? Sagt ihr? Könnt werden. Yes. Alles für eine Truhe. Okay, die könnten wir aber echt gebrauchen. Okay, dann muss es hier drin sein. Dann habe ich irgendwas übersehen. Sonst gibt es nichts. Es gab auch so viele Gegner. Ja, das habe ich übersehen. So, links rum. Wenn ich hoch schaue. So, hier. Komm, Jo. Ich nehme mir Gold wert. Kommst du jetzt mal bitte? Der nervt mich. Ich weiß, ich sage es immer, aber der nervt mich. Okay. Wir haben es geschafft. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Okay. Wie kommen wir jetzt raus? Habt ihr auch an uns gedacht? Ach, hier gibt es ein Trepp. Hier gibt es ein Leiter. Ach, das ist doch schön. So wunderschön. Auf. 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 Auf, habe ich gesagt. Gibt es noch was mit? Dann können wir rüber. Hey. Hi. 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 ok das ist wohl die verbindung zum wassertempel kann das scheinen sehr schön nur eine sache geschafft wasserfall es stimmt nur so vom himmel herab was ist nur geschehen warst du das etwa nein das war ich nicht ich weiß auch nicht wer es war du hast also ein mysteriös apparatur in der ok und dann begann der wasserfall zu fließen ah hier mir geht ein licht auf für uns so das ist ein wasserfall doch nicht viel mehr blablabla ich hab's mir schon gedacht dass du das sagen wirst wo hast deine zähne machen lassen sieh du sieh du deine maske ist hier komm zu mir let's go ich fand es ist schon unser wassertempel oder ist es erstmal erstmal hier so eine vorprüfung insel der sprühen wasser ok noch nicht das wassertempel ok oder gibt es hier überhaupt ein tempel das weiß ich auch nicht wieso kann ich so weit springen wieso springe ich so weit ist es normal voll geil voll geil gefühl wie so ein fisch was ist das da äh hier ist mit wasser bedeckt und es platzt was ich bin grad drin ich will raus ok das ist echt cool das führt uns dann sozusagen gefällt mir ich will die tour kann ich damit auch was anderes machen kann ich zum beispiel das lenken irgendwie wie nein oh mein gott das war aber knapp das war aber knapp haben wir noch ein opal yes ich habe die tour jeder krieger breitschwert let's go hi oh an welchem mysteriösen ort wir jedoch sind mein körper fühlt sich leicht an schwerer los wie ein sehr seerosenblatt auf dem wasserspiegel doch keine zeitzustand wir sind hier um den ursprung des schlamms zu finden aus der welt zu schaffen keine müdigkeit vor erschützen link wir teilen uns auf und setzen dem giftigen fluss ein ende ok ich muss wohl mit dieser blase rüber ey das ist echt cool gefällt mir einfach entspannt zurücklegen und den wasserballon machen lassen man kann auch die flüge raus wenn man möchte ok ok was gibt es da unten warte man gleitet voll was gibt es hier da ist ein monster da ist glaube ich eine truhe oh ok das ist hier so eine art schlammbad für arme das sind aber monster da vorne die schaue ich mir mal an das ist so geil warte waffe wechseln nehmen wir mal das hier oh 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 Wie weit die fliehen? So. Komm her. Zack. Du hast keine Waffe mehr. Zack. Oh mein Gott. Tool not geregelt. So, the next one. Arm. Arm. Ah, nächste Waffe. Arm, arm, arm. Die. Und deine Fresse. Was ist denn? Da. Nein. Oh mein Gott, es war knapp. Kannst du mal sterben? Verdammt noch mal. Oh. Komm her. So, let's go. Ich weiß nicht, was wir da hinten tun sollen. Ich gehe einfach mal hin. Vielleicht gibt es da was Besonderes. Oder ich muss vielleicht da eh hin. Weil es war seltsam, dass es dann Wege nach oben nochmal gibt. Also die wollen, dass wir hier runterkommen. Ich nerv's nur, dass es so viele Gegner hier gibt. Vielleicht kann ich die umgehen. Yes. So eine Speicherförderung. Ich kann die umgehen. Zack. Okay. Okay. Gibt es hier jetzt was? Oder bin ich umsonst hergekommen? Nein, nicht schrug. Wehe, da ist nichts Gutes drin. Hochleistungs... Ey, Leute. Wir haben eine Batterie gefunden. Na klar ist es was Gutes. Alter. Richtig gut. Oh, oh. Oh mein Gott, was hat es gesagt? Oh mein Gott, was hat es gesagt, Leute? Es hätte auch schief gehen können. Da hilft mir den Salat. So, einfach... Einfach weiter. Geht nicht ignorieren. Geht nicht ignorieren. Wir wollen weitermachen. Aber die Batterie, die hat sich ja richtig gelohnt, Leute. Die hat sich ja richtig gelohnt. Zack. Zack. So, da kommen wir wieder hoch. Ich sollte auch mal wieder heilen. So, wir haben ja jetzt genug Sachen. Oh. Okay, das war zu much. Egal. Was habe ich gerade benutzt? Boah, ich habe kurz Angst gehabt, dass ich mal Maxi-Fleisch-Spieß benutzt habe. Aber Gott sei Dank nicht. Kommt, jetzt komm. Hallo, wir warten. Das ist so geil. Bisschen schneller hätte es sein können. Aber sonst alles in Ordnung. Wollen wir nicht meckern. Wollen wir nicht meckern. Ist ja nur Lebenszeit. Geld. Wir müssen jetzt da hin. Okay, wir müssen switchen. Das platzt und dann müssen wir dahinter. Gell? Ja. Wir müssen es timen. Kommst du? Yes. Wir müssen es timen, Leute. Okay. Komm. Runter. Yes. Wir bleiben hier. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Nicht zu überstürzen, Leute. Mal einen Zwischenweg. Gehen dann da rüber. Wir könnten tatsächlich auch komplett rüber. Ja. Ich glaube, die Höhe reicht. Oder? So, machen es so. Geht auch. Und ab geht's. So, ignorieren. Ich glaube, wichtiger ist als die Batterie, werden wir hier nicht mehr finden. Wegen Scheiß drauf. Okay. Okay. Okay, okay. Joop. Jooppili, jooppili. Was gibt es hier oben? Und Ruhe. Ich habe ein Gespiel für Truhen, glaube ich. Also das habe ich schon letztens gemerkt. Truhen können sich von mir nicht verstecken. Ah, okay. So, anscheinend müssen wir das hier freiräumen. Dann machen wir das mal eine Sekunde. So, Hydrant auf den Boden. Aktivieren. Und dann. Und dann. Hier alles. Ja, zack. Wird wir hier schon überlaufen können. Ich habe doch eine Batterie gefunden. Wieso? Wo ist meine, wo ist meine Ersatz? Hä? Wo ist meine Batterie? Ich habe doch eine Batterie gefunden. Muss ich die erstmal benutzen? Okay, verstehe ich nicht. Werden wir uns gleich mal anschauen. So, wir haben das aktiviert. So, wir runter. Gibt es hier was? Ich verstehe ich nicht. Naja. Warte, ich mache mal schauen, was mit der Batterie los ist. Ich habe so eine Batterie gefunden. Wo ist die? Hier. Ah, okay. Achso, ich dachte. Ah, ich dachte, das ist. Achso, das ist eine Ersatzbatterie. Ich dachte, das ist eine Batterie für uns. Okay, das brauchen wir nicht so. So, my question is. Wir haben das freigeschaltet. Schön. Was bildet es mir? Schmeißt es mich hoch? Ich will es mal probieren. Ich glaube, es schmeißt mich hoch. Probieren wir es mal. Ah, yes. Okay. Deswegen. Ist da was? Da ist ein Drooling mit. Let's go. Schwebelstein. Oh, die sind auch geil. Von denen hat es, glaube ich, keine gehabt. So, ich glaube, bis dahin kommen wir. Zack. Zack. So, ich werde hier jetzt einen Cut machen. Und werde jetzt erstmal den Schrein lösen. Damit wir einen Teleportationspunkt haben. Bis gleich. So, wir sind hier im Schrein. Oben. In der Spulen Wasser. Den Schrein aktivieren wir direkt. Ab geht's. Oh, ich muss mein Handy mal anschießen. Er hat ein Geräusch gehabt. Das sagt. Man, der gibt den Geist auf. Eine Sekunde. Oh. Kein perfektes Timing. Aber geht gar nicht anders. Eine Sekunde, Leute. Ich hoffe, euer Tag ist wunderschön. Meine ist schön. Ich bin fast durch mit Zelda. Besser kann es ja nicht werden. Was heißt fast durch? Also, das ist jetzt gerade mal die Hälfte wahrscheinlich. Von der Story reden wir aber. Nein, na? Nee, die Story. Das mit dem Looten wird in aller Ewigkeit noch dauern. Alle Rätsel lösen. Bla, bla, bla. Okay. Komm raus mit dir. Oh. Okay. Kann ich das bewegen? Oh, ich kann das bewegen. Ist ja geil. Das ist ja unendlich geil. Weil ich wusste nicht, dass ich die bewegen kann. So, jetzt muss ich das auch noch hinbekommen. So, langsam. Yes. Äh. Ja. Okay, Energiespferde. Äh. Kurz mal überlegen. Wie soll das funktionieren? Was ist mit dir los? Okay, ich glaube... Eine Sekunde. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Warte, 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 warte. Jetzt. Jetzt. Und? Lauf. Nicht weiter. Nicht weiter. Die haben wir raus. Alter. Du sollst raus. Jetzt. Äh. Nein, nicht auf dich. Darauf muss ich warten. Yes. Und dann? Bin ich hier? Okay. Was gibt es noch? Hier gibt es eine Platte. Vielleicht brauchen wir die Platte. Ah, ich weiß wieso. Ich weiß wieso. Nein. Und das hier. Wir können das Ding lenken. Kann ich das bewegen? Yes. So. Zack. Zack. Einmal drauf. Und ich glaube, das müsste reichen. Haben wir sonst noch irgendwo eine Truhe? Ich sehe keine mehr. Wenn dann da oben. Also wenn wir gleich sehen, wenn wir da oben sind. Let's go. Oh nein. Weiter her. Hat uns einfach nur gestritten. Bescheuert. So. Jetzt aber. Boah, springen darf ich nicht, ne? Voll unangenehm. Hä? So Drecksack. Wieso hast du mich nicht mitgenommen? Komm her. Komm, ich warte ein bisschen da vorne. Und? Jetzt aber. Gibt es denn zu? Schau dir mal. No. Die 2, die da waren, haben wir schon bekommen. Nice. Dann ab geht's. Hallo, ich will raus. Danke. Dann sind wir durch. Können wir das auch in das Video integrieren? So machen wir das. Subi. Ging ja relativ schnell. Ich schau halt immer. Ich mach halt immer einen Cut und schau, wie lang dieser Schrein dauert. Und dementsprechend mach ich entweder ein separates Video oder integriere es in das Video. Aber ich glaube, 5 Minuten sind in Ordnung. So, dann können wir hier direkt weitermachen. Ähm. Wir sind auch, glaube ich, gleich da. Oh. Oh, ich seh das schon. Ich seh das schon. Okay, wir hätten das schon vorher erklären müssen. So. Zack. Müssen wir das gerade machen? Machen wir das lieber gerade. Weil es lenkt auch nicht. So. Einmal kurz auf die Map schauen. Wir wollen in diese Richtung. Gibt's unter mir etwas? Oh, unter mir gibt's. Oh, auf jeden Fall etwas Wildes. Sollen wir den besiegen? Der ist zu stark, Leute. Nee. Das sprengt den Rahmen. Das können wir später machen. Der ist zu stark. Ein Hit und ich bin tot. Kein Bock drauf. So, können wir weiter? Nee, können nicht weiter. Die Energie reicht nur bis ein. Was ich mich aber frage, wieso wird Sidon unter mir angezeigt? Wieso habe ich das davor nicht gesehen, dass da Kugeln sind? Ich nochmal zurück. Kurz mal überlegen. Wir sind von dort gekommen. Gibt es da was Wichtiges? Ich glaube nicht. Warte, wir markieren das, dass da ein Boss ist. Ich markiere das am liebsten mit einem Totenkopf. Dann kommen wir nochmal. Weiter mit der Story. Der ist ein bisschen stärker. Ich will den schnell kehren. Ne, den Künstler leider. Der hat Feuer. Ich habe es gerade gesehen. Der hat Feuer. Kein Spaß mehr. Komm schon. Nein. Komm schon. Yes. Das können wir gebrauchen. Ah, droppen wir mal irgendwas. Zornlanze. Das Ding ist fast down. Ja, okay. Scheiß drauf. Den Pockenummer brauchen wir. Mit der falschen Seite. Das Ding ist fast down. Den Pockenummer. So, let's go. Hey. Zuerst ja gewesen. Okay. Jetzt gehen wir noch hin. Zack. Da hin. Gehen wir mal drüber. Da ist eine Truhe. Gehen wir erstmal da hin. Und von dort gehen wir dann weiter. Jetzt sind wir komplett hoch. Alter. Alte Karte. Schon wieder? Schon wieder eine alte Karte, Leute. Schon davor mal gefunden gehabt. Im Untergrund wieder. Okay. Mal gespannt, was es uns zeigen geht. Die werden wir wahrscheinlich nach dieser Story mal looten. Weil ich habe schon zwei alte Karten. Alter, wie weit hoch wir gekommen sind. Wir waren da unten gerade eben. Was für eine Höhe, die wir gemacht haben. Alter, bist du. Der Platt. Den war ja... Oh. Truhe. Wenn wir die besiegen, gibt es noch Truhe. Wollen wir? Let's go. Da müssen wir aber eine gescheite Waffe nehmen. Am besten sogar eine Lanze. Wenn wir die schnell wegbekommen. Kommt, nehmen die halt mit. Besiegen wir erstmal den da oben. Alter. Wie stark war das bitte? Na ja, schon wieder. Die sind ja alle stark. Ich habe gehofft, dass ich einen Schwachen finde. Die sind aber alle stark. So, der Raff ist weg. Nice. Next one. Gleich weg. Nice. Die Lanzen nehmen wir mit. Lanzen sind wichtig. Und meine Lanze ist eh gleich kaputt. Das können wir trocken. Hola. One shot. What? Wala, Wuli, 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 Wup. Und? Gamma-Krieger-Breitschwert. Let's go. Was troppe ich jetzt? Truppen mit... ...den Scheiß hier. Weiß nicht, wieso ich einen Stock dabei habe. Keine Ahnung, was ich damit vorhatte. Bestimmt irgendwas Schönes. Oh, das sind aber Riesenluftblasen. Hier ist es wieder Zeit umdrehen wahrscheinlich. Warte. Vor der Platz. Komm mit. Äh. Geht's nicht weiter. Doch. Ich hab mich gerade irritiert. Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Die Blase hat mich erobert. Habt ihr es gesehen? So, was ist das hier? Ist es ein Dong? Soll ich es Dong machen? Soll ich es Dong machen? Sehe ich das richtig? Naja, wie soll ich das machen? Ah, ne. Okay, alles gut. Gibt's was? No. Okay. So, ich bohme das jetzt anscheinend. Was gibt es hier? Das Wasser. Und noch ne Platte. Ich glaube... Ich nehm mal alle mit. Wir müssen, glaub ich, komplett hoch. Deswegen brauche ich auch alle Platten. So. Hinten. Hinten. Reicht es nicht. Gibt's doch reichen. Ganz ehrlich. So. Das ist auf jeden Fall nix. So, aber. Und? Nee. Okay. Lass was von mir das machen. Jetzt krieg ich das nicht hin. Boah, jetzt kommt die scheiß Blase. Und blockiert mir die Sicht. So, zack. Jetzt sieht es doch gut aus. Jetzt sieht es doch perfekt aus. Komm her. Komm her, Blase. Na? Magst du kommen? Hallo? Hallo? Hier finden wir mein Schild. Nice, oder? Geiles Ding. Kommt jetzt diese verdammte Blase, oder? Ich glaube, jetzt kommt einer. Genau wo ich wegschaue. Willst du mich verarschen? Komm zurück. Nein. Leck mich am Arsch. Du Drecksack. Alter. Genau wo ich wegschaue, kommt eine Blase. Naja. Dann warten wir mal noch ein paar Minütchen. Da kommt die nächste. Let's go. Okay, ich glaube, das reicht. Ich sehe hier zwei Truhen. Ich weiß nicht, wieso so viele Truhen es hier gibt. Okay, das war keine Truhe. Aber ganz viel Zeug zum Looten. Nehmen wir alles mit. Ich glaube, da oben gab es eine Donnerblume. Die brauche ich immer. Nee, doch. Okay. Sind wir ready? Okay, wir müssen was bauen. Wir müssen was bauen, Leute. Ich sehe das gerade. Ich will so etwas bauen. Ich will Bock drauf. So, zack, 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 zack. Voll Bock, so etwas zu bauen. Nehmen wir das hier mit. Das verbraucht zu viel Energie, wenn man nicht aufpasst, Leute. Das verbraucht zu viel. Wie reicht das so? Ich weiß nicht, ob es leichten wird, ehrlich gesagt. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Da wartet er schon auf uns. Und? Nee. Okay, so wird das nix. Was haben wir denn noch so? Vielleicht können wir noch eins nehmen. Dann auch noch ein bisschen an die Kante gehen. Wir können auch beide Flügel damit ausstatten. Das müssen wir so machen. So, an den Boris. Probieren wir es mal noch mal. Alter. Alter, was für ein Speed. Wie geil ist das bitte? Okay, keine Energie mehr. Deswegen runter. Hallo. An was für einen wundersamen Ort wir da hinten auch gelandet sind. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich beim Hinaufschwimmen der Wasserfälle etwas übers Zielhaus geschossen. An einem unbekannten Ort wie diesem sollten wir vorsichtig sein. Link, pass gut auf die Schau, wenn du weitergehst. Okay, ich glaube, die Wassertempel, wir kommen. Perfekt nicht. Wenn du keinen Schatz für mich hast, dann gehe ich auch weiter. Einfach so kämpfe ich nicht. Wo sind wir gelandet? Hey, wir haben es glaube ich geschafft. Wie mir scheint, fließt der ganze Schnapp in den Fällen von Ruinen über uns herab. Was bedeutet, dass sich die... Ne, was bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo dort umbefinden muss? Link, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Bist du bereit? Nein, noch nicht. Okay, gut. Dann machen wir das im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Leute. Im nächsten Video gehen wir ins Wassertempelchen und zerstören alles. Das ist ein geiles Foto geworden. Ciao, ciao.